Wieso sollte bei erhöhtem Cholesterinspiegel immer auch an das Vorliegen eines Bluthochdrucks gedacht werden? Liegt eine Fettstoffwechselstörung im Sinne einer Erhöhung des sogenannten schlechten LDL-Cholesterins vor, kann das durchaus gesundheitsschädlich für uns sein. Ein ganz wesentlicher Aspekt hierbei ist die durch die hohen LDL-Werte getriebene Entstehung von Gefäßverkalkung, der sogenannten Arteriosklerose. Denn hierdurch werden die Arterien verengt, was über die Zeit zu einer Minderversorgung von Organen mit vor allem sauerstoffreichem Blut führt. Und das ist dann die Ursache für Organschädigungen und letztendlich auch die Ursache für Herzinfarkt und Schlaganfall. Ganz wichtig, das Voranschreiten arteriosklerotischer Gefäßschäden kann durch das gleichzeitige Vorliegen eines Bluthochdrucks begünstigt werden. Da sollte bei Verdacht auf eine Fettstoffwechselstörung immer auch das Vorliegen eines Bluthochdrucks ausgeschlossen werden, beziehungsweise bei einem bestehenden Bluthochdruck auch immer an das Vorliegen einer Fettstoffwechselstörung gedacht werden.